Moin Moin, ihr Landratten! Ich bin's, euer Wolfgang. Wie ihr uns schwer erkennen könnt, bin ich im hohen Norden. Und wir holen gleich drei Fans ab zur Königsblauen Heimfahrt nach Gelsenkirchen. Mein Name ist Thomas, ich bin 37 Jahre alt und komme aus Efersmeer. Wie kam das denn, dass du dich beworben hast? Warum hast du dich beworben? Warum? Man will natürlich daran teilnehmen. Was gibt's denn Schöneres als direkt von Schalke oder R&V zu Hause abgeholt zu werden, man wird hingefahren, dann noch als VIP im Stadion. Das möchte doch jeder mal, du hast doch einen Traum mit in Erfüllung. Ich bin der Jannis, 23 Jahre alt, komme aus Rorichum. Du hast geschrieben, du hast ganz, ganz viele Trikots aus deiner Jugendzeit noch von Schalke. Genau, das sind die unterschiedlichsten Trikots. Mein erstes Trikot, was ich damals bekommen habe, war ein Ebbesand-Trikot. Und das ist wirklich so ein Trikot, das schmeißt du auch nicht weg. Das ist in der Kindergröße, ist ganz klein, aber das behältst du, weil Ebbesand war damals ja eine Legende. Damit fing das eigentlich auch so Schalke so ein bisschen an. Ich bin der Jörg, 50 Jahre alt, komme aus Ostfriesland, aus dem schönen Dorf Irufe. Ihr macht mit eurem Fanclub immer eine Radtour nach Gelsenkirchen? Also es ist so, dass wir mit schätzungsweise immer so zwischen 6 und 12, finde ich ja knappen, alle zwei Jahre eine Radtour von Ostfriesland bis zum Stadion nach Gelsenkirchen machen. Wir sind dann ungefähr so drei Tage unterwegs. Dann kommt man auf knapp 250 Kilometer mit dem Rad. Das ist dann nicht immer nur die kürzeste Strecke, sondern nach Möglichkeit die schönste Strecke. Ja, Wettbewerb mit dem Fahrrad zur Arena. Jetzt versuche ich gerade so ein Drehmal zu kriegen zur ersten Challenge. Die heißt nämlich Schalke Quiz. Ihr könnt euch beraten, ihr könnt auch zwischenrufen. Also Konzentration und Achterbahnlauf. Wie viele Kinder wurden bereits auf Schalke getauft? 54 Wochen, mal 17 Jahre, 500 Werte. 1.750, 1.700. Ja, kommt schon der Sache näher. 3, 2, 1.890. Pass auf, jetzt kommt die Umlösung. Die Schalker sind verrückt, deswegen 2.000. Knapp 2.000. Ja, war nahe dran, lass mal Geld. 1.800. Ja, lass mal Geld, ist okay. Die nächste Frage. Wie geht die Strophe weiter? Blau und Weiß, wie lieb ich dich? Blau und Weiß, wie lieb ich dich? Blau und Weiß, verlass mich nicht. Ja, ein Grund. Du kannst ja singen, ne? Blau und Weiß, wie lieb ich dich? Blau und Weiß, verlass mich nicht. Ja, hätte auch singen können, ne? Ja, hätte auch singen können. Letzte Frage übrigens. Wir haben gesagt 5. Wie oft hat Schalke 04 den DFB-Pokal gewonnen? Ja, das habt ihr drauf. 5 Mal. 5 Mal. Eindeutig, super, sofort. Klar. 5 Mal. Natürlich, das ist scheiße Geschichte. So, jetzt kommen wir nämlich direkt zur nächsten Challenge. Und zwar kriegt jetzt jeder von euch eine Vuvuzela. Probiert erstmal, ob ihr da einen vernünftigen Ton rauskommt. Ich merke den Strahl hier schon. Einer von euch versucht auf der Vuvuzela den Titel zu spielen und die anderen müssen den Titel innerhalb von 30 Sekunden raten. Pass auf, auf. Versuch mal das hier. Menden steht im Walde. Bingo! Original. War ein bisschen länger als 30 Sekunden. Menden steht ja, oh. War jetzt wie Alporn fast schon. Aber das hat mehr Geschwistern fand ich richtig, oder? Ja, genau. Siehste. competitors. Frühtau zu Berge? Ja klar. Frühtau zu Berge, wir ziehen Vala. Das kenn ich. Das kenn ich echt nicht. Andere Generation,atic. Das kenn ich nicht. Das kenn ich echt nicht. Ja, ich würde sagen, Challenge bestanden erstmal.ilt's. Deswegen kriegt jeder von euch den neuen Ausstatter, das neue Shirt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und hier endet die Heimfahrt. Unser norddeutsches Schalke-Trio freut sich auf ein spannendes Heimspiel. R&V. Die Versicherung mit dem Plus.